Hallo Leute, Willkommen zu Google-Gruppenwagen in dem Baby-Laz-Play. Hallo Winter, warum hat's Zeit? Wie geht's euch? Gut, heute ist Freitag. Ich bin mega motiviert, Freitag. Ich weiß gar nicht, dass ich das für gestern auch für mich, aber ist egal. Freitag früh frei. Ich komm. In einer Stunde bin ich zu Hause. Ich leg mich auf die Couch. Mal gucken. Ich geh raus. Träger, keine Ahnung. Mal gucken, was ich mache. Auf jeden Fall. Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Und zum ersten, erst Advent. Weiß ich gar nicht. Morgen müsste schon der erst Advent sein. Übermorgen, über. Dann ist Freitag. Samstag, Montag. Also, weil morgen ist der erste. Morgen ist der erste, ähm, der erste Dezember. Heute ist der zweite Dezember, glaube ich. Sonntag, Montag, Montag, Montag. Ja. So ist der vierte, wir fahren weg mit der Klasse. Das heißt, Montag ist der dritte und Montag ist der zweite. Das heißt, der erste ist der 31. November 2018. Zwölf Uhr. Zwölf Uhr. Gerade Kunde. Drei Minuten. Mal gucken. Was? Weiß ich nicht. Ich brauchst mir drei Sekunden. Ich soll mal gerade gucken. Ja, wir sehen mich genau. Zwölf Uhr. Und drei Minuten 35. Jetzt will ich genau nach fünf Minuten gucken. Das ist gut geht. Ich brauchst mir nach wie immer. Oh, schon wieder voll. Johnny ranholen. Wie weit ist denn das Feld? Mal gerade gucken. Wie weit ist das Feld? Wie weit ist das Feld? Ja, ich hab ja diese Feld locker. Ich hab ja diese Feld locker. Ich hab ja diese Feld locker. Ich hab ja sogar, wenn ich sie verschließen. Der Trecher hat sie verschließen. Aber das soll ja dann durchhalten. Die nächsten paar Stunden. Um sechs Stunden auf der Uhr. Ich hab ja meine Leuchte noch mal drauf. So. Jetzt gehen wir für Mission nochmal. 3000, okay. 3.000, okay. So. So. Hafenspeicher bringen. Hafenspeicher. Das ist ein guter Preis da. 3.000, das wäre ein bisschen besser. Aber das ist einfach gut. Ja, ist denn das Soja-Bohnen? Das sind gar keine Soja-Bohnen. Das sind Eier. Das ist ein Soja-Bohnen. Das ist so breit oder egal. Ist ja egal. Wieso bin ich nicht darauf weiß? Jetzt wissen wir sehr bald. Das ist vielleicht 3.000, 4.000, wenn man das zu bekommen hat. So anstatt Zeitbohnen gibt's dann hier. Und jetzt muss ich den Antrag, den ich persönlich übern möchte. Bestimmt zu alt finden. Ich kreste keiner. Das ist der erste Korn. Jetzt zeig ich es Unkraut drauf. Ich glaub nicht, oder? Nee, das ist kein Unkraut. Unkraut drauf wäre bei doof. Nächstes Feld. Was wir vielleicht machen, wenn wir jetzt Unkraut drauf sollen. Weil die viele Filter haben jetzt Unkraut drauf. Aber wenn ihr wollt, dass wir jetzt rechnen. Kann mit rechnen. Ich muss so gucken, ob die Einstellung irgendwie ändern kann, dass man nur eine Mission machen kann. Dass wir zwei, zwei Missionen machen können. Ein Stück. Ein paar Helfer. Das kann ich jetzt alles für den Helfer laufen lassen, klar. Aber das wird so zwei Missionen machen können. Nee, für acht Missionen. Das wird drei, vier Stück dauern, aber. Mein Gott. Wenn das den Helfer macht, stört es mich nicht. Und wenn wir ein Fahrzeug zum Gefühlen. Einen Trecker. Und sowas. Dann hol ich ganz viele Big Packs. Und Spore-Tacker. Dann stell ich dann da vorne an das Feld dran. Und lass dann damit den Gefühlen. Und damit den Trechern. Dann mach ich den Gefühlen. Ja. Das sind die mit so Big Packs auch an. Von. Von. Top-Ital-Armen, glaub ich. Erinnern wir es da an zu sehen. Von daher. Das Geld für 130.000. Ordentlich an Geld. Geht vielleicht nochmal. 20.000. 30.000. Saaten drauf. 90.000 Euro. Das ist massig. Hilfen die bisher noch mal so viel bekommen. Das sind 3.000 Hilfen bekommen. Das ist nicht viel. Aber wenn man in den Trecher läuft. Da wächst ja durch. Drei Stunden die Laufung. In der. Sechsten Folge. Schon. Drei Stunden. Aber jetzt ist auch ein bisschen offline gefahren. Sicher ist ja nicht nur die Gasse. Aufnahme und Fahrlässung. Offen. Hier viel Lach da drüben. Das war. Nicht viel Arbeit. Wir haben es geschafft. Wir haben es zusammen erledigt. Und. Ich meine jetzt ein schlimmer Jahr. Ich war in den Untergang. So ich fand es kein Wissen Untergang zu Dreschen. Direkt das angenehmer Kontinie. Ich habe nebenbei, wenn ich alleine bei YouTube geguckt. So durchgetaucht. Schön. All von daher. Ist für mich nichts ausgemacht. Ob ich jetzt da droschen habe oder Schitz. Hier Dresche. Auf jeden Fall da hiervon Dresche oder sowas. Die kleinen sind vielleicht in den Serangier. Oder da kann ich jetzt nicht lassen abfahren. Ist für mich egal. Wie bei euch trock ist. Aber ich mache. Mal schauen. Irgendwie nerfen sie sich bei euch schon teilweise. Ich finde es immer ganz geil. Mach es mal an. Papa. Ich habe mich mit dem Dresche. Irgendwie nerfen sie mich bei euch schon teilweise. Irgendwie nerfen die Bisse nach mal aus. Ich habe gerade schon dreckig schauen. Auf höhereinander über weg. Mit dem Dresche. Ich habe zuerst immer den Dresche. Und was wir da breitesten sein müssen wir jetzt einfach angegeben werden. Ganz klar. Alter, es gibt Gas, es gibt Gas, sicher, ganz viel Gas, viel und noch mehr Gas. Mein Finger tut mir weh, ein bisschen, mit der Maus, wir sind nicht so kalt wie heute bei der letzten Aufnahme, da war es richtig kalt, ich habe also kalt für meine Finger gehabt, ich hatte Wurst, ah ja, da fange ich was trinken, dann habe ich die, oh ey, dann habe ich die Woche aufgenommen, bis Freitag, bis Freitag habe ich dann Samstags aufgenommen, am Montag, Dienstag, Mittwoch, bis Freitag aufgenommen, da bin ich echt, höchstens zufrieden, dass ich das geschafft habe, aber ich weiß, dass die Woche schon mal alles kommen sollte, dann bin ich dann einfach die Felsbrunscher aufzunehmen, bin ich noch zufrieden, ob die wirklich bis Freitag kommen, weiß ich nicht, ob die auch überhaupt die Fels nicht ausfüllt, also heute war ich auf jeden Fall, also Samstags, Samstag, auf jeden Fall aufnehmen, die Folge. Ich lasse uns in dem jetzt kaputt. In der Folge. Wir sind bei Folge. Hm. Hey. Also sieben erst. Gemäßfolge. Vielleicht. Vielleicht. Aber jetzt haben wir beide gleich. Zum Aufnahmestand von Tag. Samstag, der 24. November. Um. Es war 21 Uhr 18. Also. So. Ex-Fried Provid. Traurig. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin kein Ihrer, also irre ich mich nicht. Nur Ihren Ihren sind, es in sich. Hier in der VW let's place. Mal machen die. Jetzt wird's Play. Dann. Daaa! Ach verdammter! Der war unterstückt, gell? Aus! Der Träger! Go! Wir müssen einen grünen Strahl haben. Da müssen wir hin. Da müssen wir hinfahren heute noch. Da kommen wir uns heute an. Das ist mein Fahrzeug und Spielzeug, denke ich mal, wird es sein. Ich muss halt jetzt sagen. Der Spielzeug wird billig, nicht teuer. Das ist eine gute Idee. Der hat sich gleich für den Hänger, für den Hänger zu gehen. Der fährt zwar wieder bergauf. Mhhh. Oder kaputt. Wenn ich den Hänger überhaupt dran kriege, soll das Fahrzeugchen. Das ist klein. Das sag ich schon mal. Mir ist es nicht. Mir sag ich nicht. Ich verweigere meine Aussage. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Es ist entweder Anwalt oder ich sage nichts. Ihr könnt euch aussuchen. Das fährt schon". Das fährt dann. Das fährt dann vom Hänger vorbei. Dann fahren wir. Bei nach Südlichem ist es die Dreieckskarte. Und macht der Hänger vorbei. Dann fahren wir das Sägewerk. Wir fahren dann am Sägewerk. Dann fährt das Sägewerkgelände. Dann fahren wir da noch rüber. hafen speichern links ich schlafe schon das machen wir mal an das ist auch nicht damit Ballonkraut 1% ok ist frei gewesen glaube ich hoffe ich denke ich finde ich was noch jetzt hab ich nicht ein hier rum ok wir müssen da rein glaube ich Und so, dahin müssen wir. So. Abladen. Wann machen wir das oben? Oh, das ist gar nix. Das ist gar nix. Aber wir haben. Warum wohl ernten? Okay. Das ist hier ein Auftrag. Fällt elf sogar nur. Fällt elf. Hier, der Auftrag, der reizt sich in den Fingern, aber... Das ist mit... Okay, wir kaufen jetzt noch ein Fahrzeug. Ein kleines. Nein, jetzt kommen wir nicht. Kaufen wir uns das hier. guts Den hier in einem Schandierfarbenen. Es war lang. Ein richtiges Army-Fahrzeug, das hier glaube ich. Vielleicht komme ich auch auf der Felsbrunnen. Mal gucken, wenn er gut ist. Er ist auch noch mit zu dem Feld. Wie gesagt. Bis zur Folge, die es gut gesagt hat, weiß ich nicht. Was ich vorher gesagt habe, ist mir leid, aber auch nicht. Und zwar pro Leid in diesem Video, ob der Hund eine Streichleinheit pro Abo bis morgen. Mach mehr als fünf Minuten länger. Okay? Also, wer fünf Minuten länger will, abonniert. Einfach. Ja. Aber das geht nicht. Das ist schön. Ja. 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 Opsi, wollte ich nicht. Versteck mich bier. Ich weiß, dass ich das nächste Warnbier habe. Uiuiuiuiuiui. Reicht das noch weiter vor? Das reicht. Passt. Rohr einfahren. Vorfahren. Stopp. Abkoppeln, abkoppeln. Entkommen jetzt. Aus. So. Machen wir mal hinten dran. So ist ja fertig, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst es dann nach oben da. So, gerne. Beim nächsten Mal vorbei. Wenn wir sagen, macht's gut. Und... Sagen wir... Ciao, ciao. Und vergesst das Like nicht. Und vergesst das Like nicht. Und vergesst das Land. Sagen. ...